Ja, ohne Joker. Bist du ganz sicher? Ja. Ja, ja. Kein mehr, sogar. Sicher, nicht 50-50. Auch auf die Gipfel noch rausfließen. Ganz sicher. Meine Damen und Herren, Simon nimmt... Richtig Simon! Was war nie in Griechen, ja? Wer ist dein Kumpel? Das ist ein Christoph. Christoph, alle mit der Einladung in Griechenland. Das ist ein Flug, das kostet 50 Euro oder so. Einfach umziehen, absolut fertig. Das geht mit mir auch gut. So. Okay. Eine Fahne. Welcher Fahne wird gündlicherweise mit dem Kommunismus verpulgt? Rot, blau, wo soll man drüben funktionieren? Grün oder schwarz? Rot. Rot. Mit dem Kommunismus ist richtig und kam sofort. Gut. Ich glaube, das müssen wir warten. Einfachen sind so einfach. Und dann gehe ich mal los. Okay. Alles Punkt, was da steht, kommt ruhig rein. Dann kann man wenig höher. Ja. Weil er nachher noch einen Sternentanz machen wird. Okay. So, nächste Frage. Simon. Und du näherst dich dem Westenliste. Kann ich mal schlecht. Weil, das nächste Red frage. Sechs. Das ist gut. Du bist der Harder. Das haben wir dabei. Wie sehr. Welche Farbe hat es plantierte Angelika zum Dekorieren von Kuchen? von Kuchen. Er wird nicht ins